Herzlich Willkommen zurück zu dem experimentellen Teil der Stanley Parable. Wir haben uns in der letzten Folge mehrfach gegen die Anweisungen der Stimme aufgelehnt und sind nun hier gelandet bei einer dritten Option, die natürlich nicht unbedingt attraktiver aussieht als die beiden anderen, aber wir sind natürlich neugierig und werden diesen unbekannten und abenteuerlichen Weg jetzt antreten. Das ist schön hier. Doch. Okay. Okay. Eine dritte Option fand ich jetzt nett, aber... Okay. Auch schön. Doch, dieses Liederbord gefällt mir. Good old Neil, Skit, Hogarth. Did you know that? Aha, 21% der Spieler haben das Intro übersprungen. How long does it take you to get the correct door? Ja. Wir gehen auf jeden Fall weiter. Das ist schon... Ist hübsch doch, ja. Auf jeden Fall müssen wir doch jetzt... In diesem Fall muss ich leider ehrlich sein und sagen, dass mich das überhaupt gar nicht motiviert hat. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on. And now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. Okay. In this game, the baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right. And if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game. All about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about four hours. So why don't you give it four hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. Okay, also ihr wisst, dass wir das jetzt vier Stunden durchhalten müssen mit diesem nervigen Babygeräusch und dem Button. Und, oh, macht das Spaß? Wow, mir wird das... Ja, klar. Ja, so habe ich mein Familienleben vorgestellt. Ja, nein, ich glaube... Nein, ich habe keine Lust. Lassen wir das Baby ins Feuer laufen. Ich mag Kinder, aber... Nein. Bitte schön. Oh, Strecken ist eine gute Idee. Okay, ich bin gespannt. Minecraft. Hübsch. Oh, das wird bestimmt ein schönes Haus. Ich sehe, das wird auf jeden Fall einen sehr großen, künstlerischen Mehrwert haben. Let's see, what does it need? I, uh, yes, of course. And just to finish it all off... Yes, it's complete. I made this standing. Look at it. Gaze upon my work of art and feel ashamed at your own inadequacy. Ah, but you've only seen it from the outside. You've only gotten half the experience. Please, step inside and make yourself comfortable. Ein Haus aus Dreck. Da bin ich schon neidestraff. Also ich meine, ich habe in Minecraft nicht so schöne Häuser gebaut. Schon gar nicht aus Dreck. Doch. Es ist... toll. Ich würde jetzt gerne noch eine Weile hier stehen bleiben und dieses Haus aus Dreck einfach nur anschauen. Ja, es wirkt auf jeden Fall. Ich fühle mich unglaublich herabgesetzt vor diesem Haus aus Dreck. Aber es ist schon schön gemacht, oder? Also ich meine, die Wolken bewegen sich und es ist Minecraft. Es wäre jetzt schon... Also gehe ich fast schon wieder los zu spielen. Ja. Vor dem Haus aus Dreck. Gehen wir halt rein. In das Haus. Aus Dreck. Okay. Diamonds are a girl's best friend. Tschüss. Haus aus Dreck. Okay, wir können... Ah, ich würde mir so gerne umsehen. Wir haben sogar Minecraft-Musik. Ist das nicht schön? Aber wir können nicht springen. Das ist so traurig. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als hier runter zu gehen. Ah, hier geht es auch nicht weiter. Ich würde so gerne zum Strand und zum Wasser und... Ist hier so schön, aber... Naja. Lassen wir uns halt hier runterfallen. Ja, für Minecraft ist er... Viel zu... Ähm... Locker runtergesprungen. Bei Minecraft hat das jetzt schon Klatsch gemacht. Ist schön hier. Doch. Gefällt mir. Na, jetzt ist mir schon gefallen. Zombies? Hallo. Jemand da? Ui. Jetzt zu dunkel. Ach, ja. Ja. Und ich wollte so gerne Minecraft-Walter spielen. Hahaha. Hahaha. Ich weiß nicht, was dieses Spiel ist, aber ich liebe es. Du, in einer Schraubachs mit keinem Weg raus, hörst du mich zu sprechen. Oh, es ist inspiriert. Ich hätte es nicht mehr gemacht. Was ist dieses Spiel überhaupt noch zu sein? Ich kann es nicht herausfinden. Okay. Jetzt bin ich curious. Lass uns herausfinden, was das ist. Na toll. Jetzt spielen wir Portal. Das habe ich ja selber noch nicht gespielt. Aber Minecraft kenne ich und... Jetzt vermisse ich das Haus aus Dreck. Ach, Mann. Okay. Gehen wir weiter. Bin ich jetzt beleidigt. Nein, Portal ist sicher ein sehr witziges Spiel. Ich habe nur Gutes davon gehört. Oh. Es ist ein Puzzle. Critical thinking, Stanley. Your forte. Was? Macht er sich gerade bei mich lustig? Das verstehe ich nicht. Genius. Ja. Absolut. So ein Genie. Nein. Nein, eigentlich, du weißt, was? Ich glaube, das ist viel. Ich bin wirklich nicht interessiert, dass du dich über diese Spiele überstehen hast. Und ich bin sehr witziger für die Erfahrung. Das ist, warum, wenn ich mich überraschend verbrauche, ich werde dich hier einfach verlassen lassen. Ja. Aber, aber ich wollte doch nicht, dass er uns alleine lässt. Ich wollte ein bisschen experimentierfreudig sein. Ich finde, jetzt hat er sich aber schon so ein bisschen angestellt. Dieses Beleidigtsein finde ich jetzt nicht okay. Hm. Was machen wir jetzt? Mit uns? Und der Situation? Gefangenen Portal? Können wir im Kreis laufen? Auch nicht. Ja. Hm. Ob er zurückkommt? Er hat uns den Aufzug geklaut. Wir können nicht hoch. Ich weiß nicht, ob wir runter können. Was machen wir jetzt? Ich glaube, es bleibt nur eine Möglichkeit. Und es ist das schwarze Loch vor uns. Augen zu und durch, würde ich sagen. Ich versuche es nochmal an der Türe. Kein Weg zurück. Mit Anlauf. Wir werden es mit Anlauf hinter uns bringen. Auf die Plätze, fertig und reingehopst. Reingehopst. Hui. Huch. Na. Doch schön. Finde ich. Okay. Es ist nicht so schlimm, wie ich dachte. Hier wabert es. Zumindest von Weitem. Das. Ja. Ähm. Ist genau das, was ich mir so vorgestellt habe. Mit den Beta-Schildern und Röcken. Progress und. Ich glaube. Hier möchte ich eine Weile bleiben. Und. Erst in der nächsten Folge weitergehen, denke ich. Es ist so schön hier. Diesen Anblick möchte ich noch eine Weile. In mich aufnehmen. Ich wäre. Oh, ich hätte nicht so über das Haus aus Dreck lachen sollen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank.